SK Audio Es ist der 4. Dezember. Herzlich willkommen zu Kalter Winter, heiße Spuren, deinem Krimi-Adventskalender. Heute hörst du die vierte und letzte Folge von Der geflügelte Dolch von Gilbert Keith Chesterton. Im großen Finale gibt es die Auflösung des rätselhaften Falls um Arnold Aylmer und John Strake. Pater Brown hatte Arnold Aylmer in seinem Haus ja aufgesucht, der Morddrohungen von seinem Adoptivbruder erhalten hatte. Im Schnee vor dem Haus liegt nun eine Leiche. Doch Pater Brown glaubt zu wissen, dass es sich bei dem Toten um jemand anderen handelt, als zunächst behauptet. Wie er das herausgefunden haben will, das hörst du jetzt. Viel Spaß mit dem vierten Türchen. Gilbert Keith Chesterton Der geflügelte Dolch Ein Fall für Pater Brown Gelesen von Stefan Grombach Nein, ich glaube nicht daran, sagte Pater Brown und stand. Er stand auf wie jemand, der einen Besuch beendet. Warum nicht? Fragte der andere. Der Priester hob nur wenig die Stimme, aber sie klang bis in die letzte Ecke des Zimmers wie eine Glocke. Weil sie nicht Arnold Aylmer sind, sagte er. Ich weiß, wer sie sind. Sie heißen John Strake und sie haben den letzten der Brüder ermordet, der jetzt draußen im Schnee liegt. Um die Iris im Auge des Anderen erschien ein weißer Streifen. Er schien mit hervortretenden Augäpfeln einen letzten Versuch zu machen, den Priester zu hypnotisieren und zu besiegen. Dann machte er eine schnelle Bewegung zur Seite, aber im gleichen Augenblick öffnete sich die Tür hinter ihm und ein großgewachsener Polizist in Zivil legte ihm ruhig die Hand auf die Schulter. Die andere Hand hing herab, aber sie umschloss eine Pistole. Der Mann sah sich wild um. Polizisten in Zivil füllten alle Ecken des stillen Zimmers. Am gleichen Abend hatte Pater Brown mit Dr. Boyne eine zweite und längere Unterredung über die Tragödie im Hause Aylmer. Zu der Zeit standen die wichtigsten Tatsachen des Falls bereits außer Zweifel. Denn John Strake hatte sich zu seinem Namen bekannt. Ja, sogar zu seinen Verbrechen. Eigentlich wäre es richtiger zu sagen, dass er sich seiner Siege rühmte. Verglichen mit der Tatsache, dass er sein Lebenswerk abgeschlossen hatte und Arnold Aylmer eine Leiche war, war alles andere, sogar das Leben selbst, ihm scheinbar gleichgültig. Der Mann leidet an einer Monomanie, sagte Pater Brown. Ihn interessiert nichts anderes, nicht einmal ein anderer Mord. Dafür bin ich ihm eigentlich zu Dank verpflichtet, denn mit diesem Gedanken habe ich mich heute Nachmittag des Öfteren trösten müssen. Wie Sie sich jedenfalls selbst gesagt haben, hätte er, anstatt die wilde, aber geistreiche Erzählung über geflügelte Vampire und Silberkugeln auszuspinnen, mir einfach mit einer gewöhnlichen Bleikugel den Garaus machen und gemütlich das Haus verlassen können. Ich versichere Ihnen, dass mir der Gedanke öfters gekommen ist. Ich verstehe noch nicht, warum er es nicht getan hat, bemerkte Boyne. Aber ich verstehe überhaupt noch nichts. Wie in aller Welt haben Sie es entdeckt? Und was haben Sie entdeckt? Ach, Sie hatten mir sehr wertvolle Auskünfte gegeben, erwiderte Brown bescheiden. Besonders die eine Auskunft, die wirklich wichtig war. Ich meine damit die Bemerkung, dass Strake ein sehr erfindungsreicher und fantasievoller Lügner war, der seine Lügen mit großer Geistesgegenwart vorzubringen pflegte. Heute Nachmittag hatte er diese Gabe bitter nötig, aber er hat auch nicht versagt. Sein einziger Fehler war vielleicht, dass er sich zu einer übernatürlichen Geschichte entschloss. Er dachte, ich würde alles glauben, weil ich ein Geistlicher bin. Viele Leute bilden sich solche Dinge ein. Aber ich kenne mich absolut nicht aus, sagte der Arzt. Fangen Sie doch bitte mit dem Anfang an. Der Anfang war ein Schlafrock, erwiderte Pater Brown einfach. Die einzige gute Verkleidung, die mir je untergekommen ist. Wenn man in einem Hause einen Mann im Schlafrock antrifft, nimmt man ganz automatisch an, dass er sich in seinem eigenen Hause befindet. Auch ich dachte das. Aber in Kürze passierten einige merkwürdige Dinge. Als er die Pistole herunternahm, drückte er mit ausgestrecktem Arm den Hahn, wie man das zu machen pflegt, um sich zu vergewissern, dass eine fremde Waffe nicht geladen ist. Aber natürlich hätte er wissen müssen, ob die Pistolen in seinem eigenen Korridor geladen waren oder nicht. Dann gefiel mir auch nicht, wie er nach dem Cognac suchte und wie er beinahe das Aquarium umstieß. Wenn jemand einen so zerbrechlichen Gegenstand im Zimmer hat, gewöhnt er sich ganz mechanisch daran, nicht anzustoßen. Aber das konnten alles nur Einbildungen sein. Der erste wichtige Punkt war folgender. Er kam aus dem kleinen Korridor zwischen den zwei Türen, wo sich nur eine einzige Tür in ein anderes Zimmer befindet. Deshalb nahm ich an, dass es sein Schlafzimmer war, das er eben verlassen hatte. Ich probierte die Klinke. Die Tür war verschlossen. Das schien mir sehr sonderbar, und ich blickte durchs Schlüsselloch. Es war ein völlig leeres Zimmer, das offenbar nicht gebraucht wurde. Kein Bett drin oder sonst was. Er war also nicht aus dem Zimmer gekommen, sondern von draußen. Und sobald ich das sah, da stieg, glaube ich, das ganze Bild vor mir auf. Der arme Arnold Aymler schlief und lebte jedenfalls oben. Er kam im Schlafrock herunter und ging durch die rote Glastür. Am Ende des Korridors, schwarz gegen das Licht des Wintertages, sah er den Feind des Hauses stehen. Er sah einen großen Mann mit einem Bart in einem breitkremprigen Hut und einem weiten wehenden schwarzen Mantel. Viel mehr hat er auf dieser Erde nicht mehr gesehen. Strake stürzte sich auf ihn, um ihn zu erdrosseln oder zu erstechen. Das werden wir bei der Leichenschau erfahren. Dann hörte Strake, während er in dem engen Gang zwischen dem Kleiderständer und dem alten Besteckschrank stand und triumphierend auf seinen letzten Feind herabsah, ein Geräusch, auf das er nicht vorbereitet war. Er hörte Schritte im Zimmer hinter der Glastür. Das war ich, der eben durch die andere Glastür vom Garten her das Zimmer betrat. Seine Verkleidung war ein Meisterstück an Geschwindigkeit. Er musste sich nicht nur umziehen, sondern eine Mär erfinden und aus dem Stehgreif dazu. Er legte seinen schwarzen Mantel und Hut ab und zog den Schlafrock des Toten an. Dann machte er etwas ziemlich Grausiges. Jedenfalls berührt es meine Einbildungskraft noch grausiger als alles andere. Er hien die Leiche wie einen Überzieher an einen Kleiderhaken. Darüber drapierte er seinen eigenen langen Mantel, der noch ein Stück über die Füße reichte. Den Kopf bedeckte er völlig mit seinem großen schwarzen Hut. Es war die einzige Möglichkeit, die Leiche in dem kleinen Korridor mit der verschlossenen Türe zu verbergen. Aber es war außerordentlich geschickt. Ich bin selbst einmal an dem Kleiderständer vorbeigegangen, ohne zu ahnen, dass er noch etwas anderes war als ein Kleiderständer. Ich glaube, dass diese Ahnungslosigkeit mir auf ewig einen Schauder über den Rücken jagen wird. Dabei hätte er es belassen können. Aber es war jeden Augenblick möglich, dass ich die Leiche entdeckte. Und an dem Ort, wo sie hin, machte sie sozusagen eine Erklärung nötig. Er ergriff den kühneren Ausweg, sie selbst zu entdecken und selbst zu erklären. Er vollendete den Wechsel und Austausch der Rollen, indem er die Leiche als Leiche Strakes auf den Schnee hinauswarf. Er tat sein Möglichstes, um Strake als eine Art Harpier zu schildern, die irgendwo in der Luft mit geschwinden Flügeln und tödlichen Krallen lauert. Er musste ja das Fehlen der Fußspuren und noch einiges andere erklären. Einen frechen Zug bewundere ich ganz außerordentlich. Er brachte es doch fertig, einen der Widersprüche in seiner Sache zu einem Beweis zu verkehren. Den Umstand, dass der Mantel zu lang war, erklärte er für einen Beweis, dass der Mann nie wie ein gewöhnlicher Sterblicher auf Erden gehen könne. Aber während er das sagte, sah er mich durchdringend an und irgendeine innere Stimme warnte mich, dass er einen kolossalen Bluff versuchte. Wenn du dir gerade denkst, hey, so eine Viertelstunde Winterkrimi-Hörbuch jeden Tag ist ziemlich cool, aber meine Fahrt zur Arbeit, die dauert halt länger, ist gar kein Problem. Dann schau dir doch mal BookBeat an. In der BookBeat-App kannst du über 800.000 Hörbücher und E-Books hören und lesen. Darunter sind zum Beispiel auch viele Pater-Brown-Krimis. Ich empfehle dir zum Beispiel die Reihe Gerd Köster liest Pater-Brown, in der du aktuell 34 Fälle des Priesters hören kannst. Oder wenn du mehr Lust auf Hörspiele hast, dann gibt's bei BookBeat auch die Hörspielreihe vom Maritim Verlag von Pater-Brown mit aktuell ganzen 80 Folgen. Bei BookBeat kannst du ganz easy in alle verfügbaren Titel einmal reinhören, ohne dich vorher auf ein Hörbuch festlegen zu müssen. Und über den Link in der Podcast-Beschreibung bekommst du BookBeat jetzt sogar zwei Monate kostenlos und kannst in dieser Zeit insgesamt 40 Stunden Hörbücher hören. Check den Link zu meinen Werbepartnern in der Podcast-Beschreibung und teste BookBeat jetzt 60 Tage gratis. Dr. Boyne grübelte. Hatten Sie damals schon die Wahrheit entdeckt? fragte er. Es ist merkwürdig, wie aufregend plötzliche Einfälle wirken, die sich auf die Identität eines Menschen beziehen. Ich weiß nicht, ob es unheimlicher ist, eine solche Eingebung schnell oder langsam zu haben. Ich möchte wissen, wann Sie ihn noch im Verdacht hatten und wann Sie ihrer Sache sicher waren. Im Verdacht hatte ich ihn, glaube ich, als ich mit Ihnen telefonierte, erwiderte der Freund. Und das kam von nichts anderem als von dem Licht, das durch die Glastür auf den Teppich fiel und bald heller, bald dunkler wurde. Es sah aus wie eine Blutlache, die deutlich wurde, während sie nach Rache schrie. Warum veränderte das Licht sich auf diese Weise? Die Sonne war nicht herausgekommen, das wusste ich. Es konnte nur daher stammen, dass die zweite Tür dahinter, die in den Garten führte, geöffnet und geschlossen wurde. Wäre er aber schon damals hinausgegangen und hätte seinen Feind erblickt, so hätte er sofort Lärm geschlagen. Doch das geschah erst viel später. Ich bekam den Eindruck, dass er hinausgegangen war, um etwas zu tun oder vorzubereiten. Sicher dagegen war ich meiner Sache da noch nicht. Ich weiß, dass er bis zuletzt versuchte, mich zu hypnotisieren, meinen Willen durch die schwarze Kunst der unheimlichen Augen und singenden Stimme zu lähmen. So hatte er es jedenfalls mit dem alten Elmer angefangen. Aber es war nicht seine Art zu sprechen. Was er sagte, war einleuchtender. Ich meine die Philosophie und Religion, die es enthielt. Leider bin ich nur ein alter Praktikus, sagte der Arzt mit derbem Humor. Um Religion und Philosophie kümmere ich mich nicht viel. Das müssen Sie aber, wenn Sie ein alter Praktikus sein wollen, sagte Pater Brown. Sagen Sie mal, Doktor, Sie kennen mich doch recht gut. Ich glaube, Sie wissen, dass ich nicht Bigott bin. Sie wissen, dass ich davon überzeugt bin, wie verschiedene Menschen es in allen Religionen gibt. Gute Menschen mit Schlechten und Schlechte mit Guten. Aber es gibt eine kleine Tatsache, die ich im praktischen Leben gelernt habe. Einen ganz alltäglichen Umstand, den ich mir durch die Erfahrung angeeignet habe, wie die Kenntnis der guten Weinmarken. Ich habe noch nie einen Verbrecher getroffen, der, wenn er überhaupt philosophierte, nicht in dieser Richtung sprach. Von orientalischen Kulten wie Wiederkehr und Wiederverkörperung, dem Rat des Schicksals und der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Durch die Erfahrung habe ich gelernt, dass auf diesen Dienern der Schlange wirklich ein Fluch ruht. Auf ihrem Bauch sollen sie kriechen und Staub fressen. Es hat noch nie einen Schuft oder Verbrecher gegeben, der nicht mit dieser Art Geistigkeit aufwarten konnte. Vielleicht ist der wirkliche religiöse Ursprung anders, aber hier ist es die Religion der Schurken. Und ich wusste im gleichen Augenblick, dass ich einen Schurken vor mir hatte. Der Priester nahm seinen flachen Hut und trabte durch den Schnee nach Hause. Dabei murmelte er, und doch hat er recht. Es gibt eine weiße Magie. Er wusste nur nicht, wo er sie zu suchen hatte. Das war der vierte Teil von Der geflügelte Dolch von Gilbert Keith Chesterton. Damit ist der erste Krimi in meinem Adventskalender abgeschlossen. Morgen geht es mit einem neuen weiter. Dann wechseln wir ins winterliche Berlin und du lernst den Detektiv Harald Harst kennen. Seine Fälle stammen von Walter Kabel und morgen gibt es den ersten Teil des Krimis Der Spiritisten-Club. Wenn dir der Podcast bis hierher gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Rezension bei Apple Podcasts und eine Sternebewertung. Das geht auch bei Spotify. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen 4. Dezember und sage bis morgen bei kalter Winter, heiße Spuren. Die Sendung wurde vom NDR deck von